Ich hatte Smite angemacht, hatte einfach nur Langeweile und hab mir nur so gedacht, wie kann man denn was richtig Abnormales, Komisches machen, was auch funktioniert. Hab ich mir gesagt, hm, Tarnathos, mit dir funktioniert eigentlich alles. Aber das wollte ich erstmal vorher prüfen, deswegen bin ich ins Training gegangen, haben mir maximale Power geholt, 645, das könnt ihr unten links sehen. Ich hab ein Fire Giant Buff, ähm, Red Pot, Mini Red Pot und den Red Buff und habe nicht mal auf Penetration oder sowas gebildet, als Items. Und jetzt schaut euch einfach mal Tarnathos an, wie der abgehen kann. Das sind, das sind immer 800 plus Damage und so ein Gegner 1 und der ist down. So, das ist so lächerlich und dann hat er noch Frenzai, also man kann noch Frenzai dazu bilden, hat man noch mehr. Man hat ja mit ein bisschen Luck hat man, achso, das gilt gerade nicht, weil ich den Fire Giant Buff nicht mehr hab, den hol ich mir eben kurz. Aber der Typ, hab, das war 163, einfach mal so aus Spaß, also einfach mal so heal. Das ist so lächerlich, dieser Typ ist einfach so abnormal. Was der drauf hat. Hier, das ist einfach ein Fire Giant. Aber für Tarnathos ist das weniger als ein Fire Giant. Es ist gar nichts. Aber es macht doch einfach so viel Spaß, deswegen ist es eine Pentamaschine. Ich werde gleich maximale Power machen. Äh, ja, hier ist der Red Buff. Ich fühl ein bisschen langsam, weil ich ja keine Schuhe habe. Atraten, der Red Buff, 3, 1 Hit. Und du kriegst einfach 100 Meleis Damage. Diese Meleis hast du nochmal 2 Ticks dazu Damage. Äh, hier. Durch die Passive. Wir werden gleich mal sehen, wir haben gleich maximale Power. Also, was heißt maximale, mit Tarnathos maximale. Und wir sehen, ob wir den One-Shotten können. Ja gut, war jetzt kein One-Shot. Aber habt ihr das gesehen? 1500, einfach mal so. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass das unnormal ist. Was der Typ hier raushaut. Und ich habe nicht eine... Na gut, ich habe Wind Demon. Ansonsten habe ich kein Item. Das macht eine nüchstige Passive. Habe ich 1,4 Attack Speed. Und ich habe so Standard 1... Hier 1,54. Und mein 600... Du hast 600... Fast 600 Movement Speed. Mit deiner 2. Und dem. Okay. Und das ist doch einfach Abnummer. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass Tarnathos normal ist. 1. Die Ult wird einfach unnötig hier. Du spielst hier. Und die Gegner haben einfach gar keine Chance mehr. Ja, natürlich. Der hat jetzt kein Item. Er ist aber trotzdem Level 20. Der hat 1800 Leben. Hier. Hast du das gesehen? Eine normale Attacke. 2000er Crit. Da. 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 2000er Crit. Niemand kann mir sagen. Dass das normal ist. Alle 3 in den 2000er Crit. Im normalen Spiel kriegst du das unwahrscheinlich hin. Aber das ist sowas von abnormal. Was der Typ hier raushaut. Man kann da nichts machen. Das ist einfach... Du kriegst den Fire Giant mega schnell down. Alleine. Bup. Hier. Das war's. Das war ein Fire Giant. Der Typ hat aber 600 Power. Und überleg mal. Wenn ihr so 600 Power bekommt. Wenn ihr dann so eine Zabalanka nehmt. Und dann das nochmal macht. Was dann rauskommt. Es ist doch nicht mehr normal dann. Wann kommt der wieder? Warte mal. Kriegst du den ja doppelt? Ne. Einfach ne Zeit. Wieder. 700 Power. Warte mal. Wenn ich den Fire Giant immer wieder töte. Kriegst du denn immer mehr Power? Als ob. Und das meine ich ist lächerlich. Niemand kann mir sagen. Natürlich im echten Spiel kriegt man das nicht hin. Aber niemand kann mir sagen, dass das anhält irgendwas mit Schwierigkeiten. Dass das noch Spaß hat. Ich hab's so weit in Season 1 angefangen. Okay gut. Da gab's Hanatha schon. Aber da gab's so eine lächerliche Scheiße noch nicht. Das. Das hier ist echt lächerliche Scheiße. Habe ich den gerade gewanschottet? Ich hab. Warte mal. Ich hab mit 95% Crit Chanks nicht gequittet. Das ist einfach nur noch lächerlich. Was man mit Hanathos das might machen kann, wenn er gegen Gold hat. Zum Beispiel wenn er das nächste Mal. Wenn er das nächste Mal 300.000 und 100.000 Gold hat. Ich werde das bilden. Hier. 2500er Crit. 2000er. Alter. Schaut euch das an. Probiert das einmal. Das ist einfach nur so lächerlich, was might geworden ist. Ich sag ciao. Probiert das aus. Eigentlich solltet ihr es nicht ausprobieren. Das waren die Eins. Ohne dass. Ich hab null Penetration. Okay doch. Wo hab ich 35 Penetration? Ich hab Penetration. Ich weiß nicht warum. Das ist lächerlich. Auf jeden Fall. Schau. Und. Oh Gott. Ich kann halt so einfach nicht mehr besagen. Außer es lächerlich ist. Das war? Ich kann aus. Ich kann es auch nicht mehr besagen.